Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg Joggler 66 Stunde der Wahrheit. Heute am Donnerstagabend, den 21. November 2018, habe ich mich eingefunden mit meinen Brüdern Viktor und Michael, die mich begleiten wollen bei der 16. Lesung des fantastischen zweiten Bandes des Buches von Karl Theodor Griesinger von 1866 über die geheime Wirksamkeit des Jesuitenordens und ihre Wirkung von Anfang bis zum heutigen Zeitpunkt, der dann natürlich gegen Mitte des 19. Jahrhunderts ist, als der Autor das Buch geschrieben hat. In der 16. Lesung sind wir jetzt im nächsten Buch angelangt, im zweiten Kapitel und wir werden uns mit einem wunderbaren Thema beschäftigen, dazu gleich von mir noch ein wenig mehr. Nur bevor ich jetzt überhaupt irgendwas einleite, lasse ich erstmal meine beiden Brüder zu Wort kommen und danach habe ich selbst noch eine kleine Einleitung, auch etwas in eigener Sache, was ich unbedingt erwähnen möchte heute, bevor wir die Lesung selbst starten. Jetzt also erstmal herzlich willkommen, Michael und Viktor und ich erteile das Wort erst Michael, der ein bisschen näher an mir dran ist, abstandsmäßig gesehen. Herzlich willkommen zur Lesung heute, Michael und ja, wie gesagt, herzlich willkommen und erzähl mal, was du vielleicht auf dem Herzen hast für uns. Ja, hallo, liebe Gemeinde, liebe geschichtsinteressierten Menschen da draußen an den Rundfunkgeräten und an den YouTube-Smartphones. Ich habe mich heute Abend hier wieder eingefunden und ich bin nicht nur räumlich näher dran an Jörg, sondern auch altersmäßig näher dran als Jörg, weil wir selber aus dem selben Jahrgang stammen. Und heute Abend behandeln wir unter anderem ein Stück englischer Geschichte, das uns so zum Ersten in Deutsch noch nicht beigebracht worden ist. Ich kenne nur die Lesungen und die Bücher, die sich damit beschäftigen, zum Beispiel Code with Babylon in Englisch. Und es ist sicherlich auch für ganz viele Deutsche da draußen zum ersten Mal so, dass sie jetzt plötzlich gewisse Namen wie Guy Fawkes hören und gewisse Dinge, die jetzt der Jörg in seiner Einleitung gleich besprechen wird. Auf jeden Fall kriegen wir heute Abend sicherlich ein interessantes Stück Geschichte oder Geschichts-Nachhilfe-Unterricht. Und da freue ich mich schon drauf und übergebe jetzt damit das Wort an den Viktor aus Hamburg. Ja, hallo und moin moin. Freut mich dabei zu sein wieder mal und ja, kann mich dem Michael auch nur anschließen. Ich glaube, Jörg hat aber schon einmal in einer Lesung, ich glaube, das war von Edmond Paré, das Buch Die verborgene Geschichte der Jesuiten. Zumindest, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob das jetzt auch in dem Buch so erwähnt wird, aber Jörg hat das mal in einer Lesung erwähnt. Und zwar ist das die Jesuiten in Europa während des 16. und 17. Jahrhunderts. Und das war nochmal auch so meine Erinnerung auch jetzt für das kommende Kapitel, womit ich dann schon mal so ein bisschen ja schon, ja, ich sag mal, den Informationen, die jetzt demnächst oder die jetzt gleich folgen werden, natürlich schon so ein bisschen senselipsiert bin. Der Jörg sicherlich auch, der Michael auch. Aber für die, die jetzt noch nicht wissen, ja, hört gut zu. Und damit übergebe ich das Wort weiter an Jörg. Dankeschön. Ja, es war die verborgene Geschichte der Jesuiten von Edmond Paré, in dem die Geschichte der Jesuiten im 16. und 17. Jahrhundert vorgekommen ist und wo ich die Schießpulververschwörung bereits erwähnt hatte. Ich denke, es hat auch wahrscheinlich kurz Erwähnung gefunden in dem Buch Alle Wege führen nach Rom von Michael de Semdian. Ich kann da jetzt aber nicht den Finger auf den Nerv oder die Stelle legen, wo genau das passiert ist. Ich möchte nur, bevor wir jetzt mit der Lesung anfangen, noch mal kurz ein paar Worte des Dankes an bestimmte Menschen aussprechen. Zum Beispiel an meinem Bruder Brett Norman in Amerika, von dem ich heute ein Paket empfangen habe, wo er mir unter anderem eine Originalversion Druck von 1890 geschickt hat von dem Buch von Henry Gretten Guinness des Romanismus und die Reformation, das wir ja im Augenblick aufgrund der Übersetzung von Maximilian in Deutsch lesen. Und wenn wir jetzt gerade bei Übersetzung ins Deutsche sind, dann möchte ich hier zwei Brüder in Christus einmal ganz deutlich eben hervorheben, ohne dabei Viktor sein Licht unter einen Scheffel zu stellen, der auch eine besondere Erwähnung vernietert für seine fantastische Arbeit in der Übersetzung des Buches hinter den Diktatoren, was wir ja inzwischen abgeschlossen haben in der Lesung. Aber es muss erwähnt werden, dass Bruder Stefan, der sich bei uns eingefunden hat zur Lesung Romanismus und die Reformation, auf Skype hingesetzt hat und auf 325 Seiten, wie ihr hier seht, das Buch Herrscher des Bösen von Frederik Tapasorsi komplett übersetzt hat. Jetzt nochmal Korrektur gelesen hat, da können natürlich immer noch hier und da kleine Fehler darin sein. Ich kündige hiermit an, auch wenn natürlich zum Erscheinen dieses Videos wahrscheinlich das schon links Vergangenheit ist, dass dieses Buch Herrscher des Bösen bis zum Ende des Jahres, zumindest Ende des Jahres, wie wir im Antichristensystem rechnen, auf archive.org erscheinen wird und dass jeder sich die Möglichkeit hat, dieses Buch gratis, also kostenlos, dort runterzuladen und selbst das ganze Buch zu lesen, was sicher eine gute Ergänzung ist zu meiner zusammenfassenden Lesung, die ich ja in 13 Videos eingefasst habe, Herrscher des Bösen, nachdem ich das Buch in Englisch gelesen hatte. Ob ich mir jemals, ob ich jemals die Gelegenheit bekomme oder die Zeit haben werde, das Buch Herrscher des Bösen ganz in Deutsch zu lesen, nach der Vorlage, wie ich das Griesinger Buch hier lese oder meine anderen Buchlesungen und Besprechungen mache, das weiß ich nicht. Für den Fall, dass es nicht so ist, habt ihr von mir immerhin die Zusammenfassung und das Buch selber in der Hand, um es selbst zu lesen und zu studieren. Weiterhin lese ich im Augenblick mit Bruder Michael und Bruder Brett Norman in den Vereinigten Staaten von Amerika zweimal pro Woche, normalerweise samstags und sonntags, ein Buch von James Atkin Wiley. Das heißt, der große Exodus oder der letzte Exodus, das ist erschienen 1862. Es ist ein sehr, sehr schwieriges Buch, das sehr viel handelt über biblische Prophezeiungen, das sehr viel handelt von dem Buch Daniel und seinen Prophezeiungen in Kapitel 2, 7, 8 und so weiter. Es geht um zeitliche Berechnungen von sieben Zeiten, dreieinhalb Zeiten und so weiter. Ich will auch gar nicht zu sehr da in das Thema einsteigen. Bruder Maximilian, der das Buch Romanismus und die Reformation übersetzt hat und noch am Übersetzen ist, er ist da noch nicht mit fertig, dem habe ich das Buch mal geschickt und was hat der Typ gemacht? Der sagt einfach von, ach weißt du was, ich habe zu viel Zeit, ich übersetze dir schon mal hier den ersten Teil, das erste Kapitel. Der große Exodus, Teil 1, die Fesselung. Und ich habe die erste Seite gelesen und ich bin begeistert, alleine schon von den Geisterübersetzungen, wie er das geschafft hat. Ganz, ganz toll. Also wird wahrscheinlich auch dieses Buch, das selbst in Englisch der Welt nicht wirklich zur Verfügung steht, der dem deutschen Publikum früher oder später ganz gratis zur Verfügung stehen zum Nachlesen. James Aitken Wiley ist der Verfasser und Schreiber dieses Buches. Das wollte ich nur mal eben kurz erwähnen und deswegen mein ganz besonderer Dank an Viktor für seine wunderbare Übersetzung von Hinter den Diktatoren, an Maximilian für seine Übersetzung von Romanismus und die Reformation. Die Reformation, wie ich immer sage, wohl das wichtigste Buch neben der Bibel, das ich je in meinem Leben gelesen habe und lesen werde, vor allen Dingen auf Deutsch durch seine Übersetzung. Jetzt eben auch noch diese extra Übersetzung hier von der große Exodus und zusammen mit Viktor helfen sie mir ja auch die ganzen Artikel zu übersetzen, die ich brauche für die neue Serie, die auf meinem Kanal läuft, auf dem Hauptkanal Jodler 66. Der systematische katholische Kindesmissbrauch, da habe ich inzwischen drei Folgen heute am 21. November von eingetütet. Bis jetzt ist das eine erschienen, der Rest wird dann auch noch kommen und natürlich daneben auch Stefan mit Herrscher des Bösen. Das ist ein Buch, das kann ich euch nur empfehlen. Ladet euch das runter, speichert es, gebt es weiter an andere Leute, kopiert es auf CDs, auf DVDs, auf USB-Sticks, auf Extra-Disketten, so viel ihr könnt. Verteilt dieses Buch, macht euch vielleicht auch mal die Mühe, das auszudrucken. Man kann ein PDF wunderbar, in einer wunderbaren Qualität ausdrucken. Dieses Buch gibt es sonst nicht in Deutsch. Das ist eine einmalige Gelegenheit, wie der Stefan das hier übersetzt hat. Und da wollte ich eben nochmal dem Stefan für diese Übersetzung, dem Viktor für seine getane Arbeit und noch fortwährende Arbeit im systematischen Kindesmissbrauch und dem Maximilian für seine getane Arbeit herzlich danken. Weil das ist einer der Gründe, weshalb wir hier überhaupt heute zusammensitzen und solche Dinge mit euch teilen können. Ja, Griesinger haben sie nicht übersetzt, das stimmt. Aber zumindest haben Viktor und Michael sich dazu eingefunden, um mich darin zu unterstützen, um heute in Karl Theodor Griesinger den nächsten Teil zu lesen. Das ist wie gesagt der sechste Teil, äh sechzehnte Teil, Entschuldigung. Im sechsten Buch, da geht es jetzt drum, Band 2, Lesung 16, die Herzensgüter der Jesuiten, so heißt das Buch, oder die Erlaubnis zu Mord und Totschlag. Das zweite Kapitel heißt, die Pulververschwörung in England und die politisch-jesuitischen Umtriebe da selbst, so wird dann auch das Video hier heißen. Nun, ich habe nicht vorher geguckt, wie viele Seiten das Kapitel umfasst, ob wir jetzt heute damit durchkommen oder nicht. Es ist auch nicht so wichtig, ob wir damit durchkommen. Ich möchte nur eben eine Sache erwähnen, von der ich sicher bin, dass der Autor sie hier nicht erwähnen wird. Und zwar, das war eine der allerersten Amtshandlungen des ersten US-amerikanischen Präsidenten George Washington, dass er den Guy Fawkes Day in Amerika verboten hat. Und was ist der Guy Fawkes Day? Mal eben sehen, ob ich da ein Bild von habe, weil ich habe einige vorbereitet. Hier, Happy Guy Fawkes Day, also einen fröhlichen Guy Fawkes Day. Guy Fawkes ist derjenige, der die Pulververschwörung in England ausführen wollte. Natürlich ist es eine Verschwörung, weil er war mit einigen anderen Leuten, wie wir hier auf dem Bild sehen, zusammen. Und man hat damals in den Kolonien, dem 5. November 1605, jedes Mal gefeiert und hat Guy Fawkes eine Puppe von verbrannt und von dem Papst eine Puppe verbrannt, weil der Papst, die römisch-katholische Kirche und die Jesuiten hinter dieser Verschwörung standen, von der wir jetzt gleich lesen werden. Aber ich muss das deswegen erwähnen, weil sonst vergesse ich das. Und George Washington war der erste amerikanische Präsident und der hat die Feier des Guy Fawkes Day in den Vereinigten Staaten von Amerika, den neu gegründeten 1789, verboten. Ach, sowas machen wir doch nicht mehr. Hier den Papst, eine Puppe vom Papst verbrennen, das geht ja gar nicht. Wir haben doch Religionsfreiheit in unserer wunderbaren USA. Um das zu verstehen und den Gründungsgedanken hinter den USA zu verstehen, da verweise ich auf eben dieses Buch. Herrscher des Bösen. Wer das gelesen hat, der versteht eine ganze Menge besser, wieso die Vereinigten Staaten sind, was sie sind. Aber jetzt fahren wir fort mit dem Buch von Karl Theodor Griesinger. Die 16. Lesung. Nach dieser Viertelstunde Einweihung, aber Entschuldigung, das war es mir absolut wert, das zu sagen. Und ich werde hier in der Zwischenzeit ein Video abspielen, das ich damals mit Brett-Normen aufgenommen habe. Das ist nämlich unsere Lesung von Code World Babylon, wo wir in den Gunpowder Plot reingehen. Also in der Lesung von Code World Babylon in den Gunpowder Plot. Und da hier und da interessante Bilder davon erscheinen, dachte ich, das wäre als Hintergrund ja nicht so schlecht, dass man sich das in der Zwischenzeit anschauen kann, während ich hier lese. Und natürlich gilt für meine beiden Brüder, die mich hier begleiten, wenn sie einen Kommentar haben oder eine Frage haben, dann werden sie mich in der Lesung unterbrechen. Also, das zweite Kapitel im sechsten Buch des zweiten Bandes von Karl Theodor Griesinger, die Pulververschwörung in England und die politisch-jesuitischen Umtriebe da selbst. Durch König Heinrich VIII. war, wie ich schon im zweiten Buch gezeigt habe, der Katholizismus in England verboten. Aber er war nicht unterdrückt worden. Unter seiner erstgeborenen Tochter und Nachfolgerin Maria, der Blutigen, Bloody Mary, da kommt übrigens auch das Getränk her, wie man sie mit Recht nannte, erhob er wieder, also der Katholizismus, kühnlich das Haupt und die Protestanten starben zu Tausenden auf dem Blutgerüst. Unter der Nachfolgerin Marias, ihrer Stiefschwester Elisabeth, wurde die Sache wieder umgekehrt. Denn Elisabeth, eine Tochter Anna Boleyns, war eine Protestantin. Doch besaß sie so viel Edelmut und Klugheit, die Katholik nicht als solche zu verfolgen, also aus Religionsgründen, sondern Elisabeth gewährte allen denen, welche sie als Herrscherin anerkannten und sich als loyale Untertanen zeigten, vollständige Duldung. So, und das ist die, ich nenne es mal, Naivität der Königin, die keinen Krieg mit den römischen Katholiken will, sondern die ein einvernehmliches Leben will zwischen Protestanten und Katholiken. Und die den Katholiken hier gewährt von, Leute, wenn ihr mir eure Allianz bekennt, also wenn ihr euch mir unterstellt, als Untertanen im Englischen Reich, dann dulde ich euch hier. Wahrscheinlich war sich die Königin Elisabeth nicht so sehr davon bewusst, dass selbst die normalen Katholiken, wenn sie so etwas schwören oder versprechen, ihre mentalen oder geistigen Reservationen einrufen. Genau so wird es gewesen sein. Weil natürlich hat ein Katholik, kann sich nur Katholik nennen, wenn er seine erste Allianz, also seine Treue, dem Papst unterstellt und nicht einer Herrscherin oder einem Herrscher des Landes, in dem er lebt. Trotzdem hat sich die Elisabeth dazu verleiten lassen, zu sagen, wenn ihr mich als Herrscherin anerkennt und wenn ihr euch als loyale Untertanen verhaltet, dann dulde ich den römischen Katholizismus in meinem Lande ohne Probleme und keine Verfolgung. Der große Unterschied zwischen Protestanten und Katholiken liegt darin, dass Katholiken Menschen wegen ihrer religiösen Überzeugung verfolgen, das haben sie in den Jahrhunderten der Inquisition unter anderem mehr als blutig bewiesen, und dass Protestanten niemals Menschen wegen ihrer religiösen Überzeugung verfolgen, aber wegen ihrer Handlungen, die vielleicht Regizide sind, also Königsmorde und solche Übertretungen sind, wenn die Leute Rebellionen oder Revolutionen anzünden, wenn sie hochverräterisch sich verhalten, das verfolgen Protestanten wohl und das ist ja wohl auch ihr gutes Recht. Nun, die englischen Katholiken hätten also ganz unangefochten Leben, sie hätten ganz unangefochten ihre Religion ausüben können, wenn sie sich hiermit begnügt haben würden. Und sicherlich würden sie sich hiermit begnügt haben, wenn nur inzwischen nicht die Söhne Loyolas erstanden gewesen wären. Ich hab da mal ganz kurz was. Ja, natürlich, gerne. Und zwar fand ich jetzt das nochmal so interessant, gerade wo du das nochmal angestrichen hattest, die vollständige Duldung, dass man ab da diesen Zeitpunkt mal so als Ausgangspunkt auch sehen kann, wenn man jetzt mal die Lesung von Romanismus und die Reformation verfolgt, da ging es, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Lesung um die, oder um die vorvorletzte, das ist schon ein bisschen her, um... Verstarken des Katholizismus, ne? Richtig, genau. Spricht von dem Emanzipationsakt und der Oxford-Bewegung. Und der Oxford-Bewegung. 1830, ja, genau. Und wie wir da, wenn man sich das verfolgt, dann eigentlich schon sehen kann, dass man ab dem Zeitpunkt schon wieder, ja, wieder auch diese Duldung schon wieder hat, diesen Duldungsstatus. Ja. In der Zwischenzeit gab es ja schon Gesetze, dass man Katholiken von, ich glaube, aus Ämtern durften keine Ämter bekleiden, durften auch, wohl auch mit Besitz- oder Eigentumrechten, war das auch anders geregelt. Ja, das wurde alles erst geändert mit dem Emanzipationsakt 1829 und mit der anschließenden Oxford-Bewegung 1830. Bis dahin galten ziemlich restriktive Gesetze für Katholiken im Englischen Königreich. Ja, und ich denke, man kann das ganz gut jetzt so auch, wie der Griesinger das auch beschreibt, so sehen, auch als Ausgangspunkt, wo sich dann ab dem Zeitpunkt tendenziell eher die Katholiken aus diesen Ämtern und den Rechten entzogen worden sind. Bis hin wieder zur Oxford-Bewegung und dem Emanzipationsakt. Diese Metamorphose kann man dann, sage ich mal, in diesem Zeitraum, denke ich, dann auch ganz gut beobachten. Ja, das sind vor allen Dingen die Jesuiten, die im Hintergrund den Grundstein gelegt haben oder das Fundament gelegt haben, auf dem dann Emanzipationsakt und Oxford-Bewegung entstanden sind und damit das Wiedererstarken des Katholizismus vom Anfang bis zur Mitte, bis zum letzten Dreiviertelteil des 19. Jahrhunderts in England. Ja, 1870, 1880er Jahre, die Zeit, in der Henry Grettengillis spricht. Ja, übrigens auch ganz interessant, Brett, ich hatte ja gesagt, hatte mir heute Bücher geschickt und unter anderem hatte mir auch ein Buch geschickt über die Geheimnisse, also die unbekannten Zustände und die Geheimnisse hinter der Oxford-Bewegung. Ein 400 Seiten schweres englisches Buch, sicher interessant mal für mich zu studieren, bin ich auch ganz dankbar für. Ja, danke, das war eine sehr gute Bemerkung von dir, Victor, dass du das hier mal mit einbringst, vor allen Dingen, weil eben dann auch wichtig wird für die Leute mal zu verstehen, oh, guck mal, ich habe zwar die Griesinger Lesung gesehen, aber Romanismus und Reformation habe ich noch gar nicht geschaut, dass man eben die Links legt zwischen diesen verschiedenen Werken. Schließlich ist Romanismus und die Reformation knapp 20 Jahre nach Griesingers Werk in England entstanden und natürlich sind das also fast Zeitgenossen, die beiden, oder zeitgenössische Schriften und von daher sicher interessant, das eine und das andere, also das eine sowohl wie das andere zu kennen. Ja, danke schön. Hast du noch eine Bemerkung dazu oder soll ich vorschlagen? Ja, aber allgemein für diejenigen, auch mit sich mit englischer Geschichte dann auch zu dem Zeitpunkt oder dem Zeitraum auch in der Epoche sich ein bisschen näher beschäftigen wollen, finden, denke ich, auch mit Romanismus und die Reformation da eine gute Grundlage, um das zu studieren. Ja, dem kann ich nur zustimmen. Absolut. Gut, dann fahren wir fort. Die englischen Katholiken hätten also ganz unangefochten Leben, ganz unangefochten ihre Religion ausüben können, wenn sie sich hiermit begnügt haben würden. Und sicherlich würden sie sich hiermit begnügt haben, wenn nur inzwischen nicht die Söhne Loyolas entstanden gewesen wären. Diese Söhne Loyolas aber wollten herrschen. Sie wollten nicht geduldet sein, sie wollten herrschen. Sie wollten zu diesem Berufe Ausrottung des Protestantismus und Zurückführung Englands unter die alte, devote Abhängigkeit von Rom, vom Papste, von der priesterlichen Zwing- oder Zwangherrschaft. Dieses alles habe ich bereits früher weitläufiger auseinandergesetzt, aber ich musste es hier in kurzem wiederholen, um die verschiedenen Attentate begreiflich zu machen, welche von nun an gegen das Leben Elisabeths sowie ihres Nachfolgers Jakobs I., das ist King James, der von der König-James-Bibel, in Szene gesetzt wurden. Denn in der Tat und Wahrheit handelte es sich um nichts anderes als um die Ermordung dieser beiden Monarchen und ihre Ermordung, damit andere dem Katholizismus ergebene und den Jesuiten blindlings gehorchende Mitglieder der englischen Königsfamilie den Thron besteigen könnten. Den Anfang ihrer Machinationen machten die Söhne Loyolas damit, dass sie den Papst Paul IV. bewogen, gleich nach der Thronbesteibung Elisabeths eine Bannbulle gegen dieselbe zu schleudern und sie vor aller Welt für eine Usurpatorin zu erklären. So, das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, weil, oder warum ist das ein ganz wichtiger Punkt? Die Jesuiten haben den Papst dazu gebracht, dass er eine Bulle der Exkommunikation über die englische Königin verhängt. Und wir haben in früheren Lesungen auch hier schon mal gesprochen über den Eid der Jesuiten und die Wichtigkeit der Initialen Wenn der Papst eine Bulle der Exkommunikation schreibt über die Königin, dann ist die Königin vogelfrei und dann ist das Volk befreit von der untertanen Position, sage ich jetzt mal. Also jeder frei rumlaufende Katholik hätte das Recht, die Königin zu ermorden und es würde nicht einmal als Mord angesehen werden innerhalb der römisch-katholischen Kirche. Da muss man sich bewusst von sein. Die Tragweite dieses Satzes ist viel weiter, als dieser kleine Satz hier vermuten lässt. Also, den Anfang ihrer Machinationen machten die Söhne Leolas damit, dass sie den Antichristen, Papst Paul IV. bewogen, gleich nach der Thronbesteigung und Elisabeths eine Bannbulle der Exkommunikation gegen dieselbe zu schleudern und sie vor aller Welt für eine Usurpatorin zu erklären. Also jemand, der sich unrecht die Regierung des Landes anmaßt. Sagte der Heilige Vater in dieser Bulle, die Ehe, die König Heinrichs VIII. von Annabolin war keine Ehe, sondern sie war ein Ehebroch, wie schon die Päpste Clemens VII. und Paul III. bewiesen hatten. Und folglich ist Elisabeth ein Bastard, der kein Anrecht an den Thron hat. Über dem galt England von Uralters her als ein Lehen des heiligen Stuhls, das geht zurück auf König Johannes und die Zeit der Magna Carta 1215. Und es kann also niemand den dortigen Thron besteigen, ohne dass ihn Rom dazu ernennt. Aus diesen beiden Gründen hat die ungesetzliche Tochter des Tyrannen Heinrich das Zepter von England niederzulegen und sich demütig in das Privatleben zurückzuziehen. Die wahre Königin aber ist Maria von Schottland, die Enkelin Margarethens von England, welche sich mit König Jakob IV. von Schottland vermählte und dem König Jakob V. dem Vater Marias das Leben gab. Solches war der Inhalt der päpstlichen Bannbulle und gewiss ein recht schlau berechneter Inhalt war es. Wenn nämlich auch die besagte Bulle einen unmittelbaren Einfluss gar nicht haben konnte, das ist, wenn es auch gleich eine unendliche Torheit gewesen wäre, zu hoffen, dass die Engländer sich zum größten Teil zum Protestantismus bekannten und vom Papsttum gar nichts mehr wollten, dieser Bulle zulieb ihre Monarchen vom Thron stoßen würden, so durfte man dagegen darauf bauen, dass in den Herzen der Tatsicht der katholisch gebliebenen Briten sich die Überzeugung festsetzen werde, nicht der Elisabeth, sondern der Maria Stuart gebühre von rechts wegen die englische Krone und damit hatte man dann einen Anhaltspunkt zu künftigen Empörungen. Um nun aber die Überzeugung von Elisabeths Usurpation unter den englischen Katholiken noch mehr zur Geltung zu bringen, gründeten die Söhne Loyolas durch Beihilfe hoher Gönner wie die des Papstes, des Königs von Spanien und des Kardinals von Lothringen in Rom, Duay und Reims sogenannte englische Kollegien oder um es besser zu sagen Erziehungsanstalten für junge katholische Engländer, in welchem die Königin nie anders genannt wurde als eine unerträgliche Tyrannin. Eine Ketzerin, eine fluchwürdige Verfolgerin der Rechtgläubigen, die vom Heiligen Vater feierlichst verdammt sei und wenn dann später die Jünglinge dieser Anstalten in ihr Vaterland zurückkehrten, so wird man sich wohl denken können, in welchem Geiste sie auf ihre Glaubensgenossen gewirkt haben werden. Doch daran genügte es den Jesuiten noch nicht einmal, sondern sie benützten jene Kollegien auch dazu, um darin Revolutionsemissäre zu bilden, also Menschen, die den Aufruhr, die Empörung und selbst den Mord als ganz erlaubte Mittel betrachten oder betrachteten und diese wussten sie so sehr zu fanatisieren, dass sie, weil sie das Märtyrertum als ein unmittelbar ins Paradies führendes Opfer betrachteten, vor keiner Mühseligkeit und Gefahr selbst nicht einmal der Allergrößten zurückbeten. So, und hier muss ich jetzt mal einen Kommentar geben, wo meine beiden Brüder mir gleich sicher mit unterstützenden Worten beistehen werden. Was wir gerade eben gelesen haben, jetzt übersetzen wir das, was wir hier gelesen haben, mal doch in die Zeit, in der wir heute leben. Erziehungsanstalten für katholische Engländer, in welchen die Königin wie anders genannt wurde als Tyrannen und so weiter und so weiter. Also, wir haben hier gehört, dass die Jesuiten Lehrinstitutionen in Duay und Reims haben. Komischerweise heißt ihre Bibel ja auch Duay Reims Bibel, sollte man auch mal wissen. Dass sie diese Lehreinrichtungen eingerichtet haben in Spanien und in Lothringen und in Rom und dort Leute herangezogen haben, die gegen die offizielle Regierung, das offizielle Königstum in England sind und die dann zurückgehen in das Land und dort subversive Aktionen machen, nenne ich jetzt mal eben so. Wie erinnert uns das an heute? Heute sprechen wir von sogenannten Terroristen, die in irgendwelchen Camps, Lagern ausgebildet werden, sei es vor einigen Jahren noch in Nordafrika, wo man sprach von Libyen oder was gab es da noch für Länder, Algerien zum Beispiel, wo es diese Lager gab, wo zwischen Anführungszeichen Mujahideen oder andere Leute ausgebildet wurden, Pakistan, Afghanistan und der gleichen Länder oder wie eben auch fälschlich angeklagt damals Irak, wo es diese Ausbildungscamps gibt und heutzutage, wo sie sprechen von Syrien, wo es diese Ausbildungslager gibt, mit denen Terroristen angezogen werden. Das ist doch genau dasselbe, was wir hier lesen aus dem 16. Jahrhundert. Man muss doch nur mal seine Augen öffnen und sehen, wer dahinter ist. Es sind die Jesuiten hier im 16. und 17. Jahrhundert, im 16. Jahrhundert dahinter, um in diesen ausländischen Ausbildungsinstitutionen junge Männer auszubilden, die dann in das Land zurückkehren und in dem Land subversive Predigten halten gegen die Königen und die sich zusammenschwüren, um dieses Königshaus schlussendlich zu vernichten. durch Regierungsumstürze. Was ist das anders als der sogenannte Terrorismus, den wir heute haben? Und der Terrorismus von damals, weil damals gab es das vor Terrorismus noch gar nicht, aber das, über was wir hier sprechen, was die Jesuiten da im 16. Jahrhundert gemacht haben, in Spanien, in Frankreich, in Rom, in diesen Ausbildungsinstituten, da junge Engländer auszubilden, um die dann zurück in das Land zu schicken, die Gehirn waschen, was anderes passiert doch heute auch nicht. Und diesen Islamisten von heute, die dann so gesagt als Terroristen fungieren, wird doch auch das Paradies direkt versprochen, mit 72 Jungfrauen oder etwa nicht. Seht ihr jetzt, wie wichtig es ist, die Vergangenheit zu begreifen, um überhaupt zu verstehen, in welcher Zeit wir heute leben? Und zu sehen, wie die Vergangenheit sich ständig nur wiederholt? Bitte, Michael und Viktor, ihr habt sicher eine Meinung zu dem, was ich gerade eben gesagt habe. Ja, dann fange ich mal an. Bitte. Also, im Endeffekt, ja, die Sache ändert sich halt nie. Semperiadium, Semperiadis, also die römisch-katholische Kirche ändert sich ja sowieso nicht. Und im Endeffekt ändert sich auch die Mentalität der Menschen nicht, die dieses System ja für sich in Anspruch nehmen. Und demzufolge laufen die ganzen Geschichten immer als zum Beispiel Stay-Behind-Armeen, was ja da durch diese Gladio-Geschichte, was lateinisch kurzschwert heißt, im italienischen Parlament in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts zugegeben worden musste, durch den damaligen italienischen Ministerpräsidenten, ich glaube, André Lotti war es gewesen. Und das ist ein System, was schon seit Jahrhunderten immer so geht, wo die Leute halt letzten Endes dann quasi subversiv ausgebildet werden und dann unter falscher Flagge drücke ich jetzt einfach mal aus, so arbeiten. Dafür habe ich jetzt ein ziemlich aktuelles und ich glaube gutes Statement ausgerechnet von einem britischen Ex-Außenminister namens Robin Cook, der gesagt hat, in Wirklichkeit gibt es keine islamische Armee oder Terrorgruppe namens Al-Qaida. Jeder informierte Geheimdienstler weiß das. Es gibt aber eine Propagandakampagne, um der Öffentlichkeit einzureden, es existiere da etwas, das den Teufel verkörpert, damit das TV-Publikum eine einheitliche internationale Führung im Krieg gegen den Terrorismus akzeptiert. Das Land hinter dieser Propaganda sind die USA. Das habe ich jetzt von einem Blog geholt, ich habe jetzt die Primärquelle nicht, aber im Endeffekt ist es so, dass man weiß, dass hinter der Al-Qaida ja als Finanzierung die Saudi stehen und hinter den Saudis sind die USA, die größten Verbündeten. Im Endeffekt schließt sich da der Kreis wieder überall. Im Endeffekt sind es immer dieselben Elemente, die zusammenarbeiten, wo die eine Kräte der anderen kein Auge aushackt und ich glaube, wir haben damals in dem Mittelalter war halt Großbritannien eine große oder eine beginnende Macht gewesen. Da gab es ja noch andere Seemächte wie Spanien und Portugal und jeder hat da letzten Endes einen ganz, ganz, ganz großen Anteil dran, indem er letzten Endes nur den Streit schült und im Endeffekt sich also absolut unchristig bewegt. Denn jede Aktion, die darauf abzielt, anderen Menschen zu schaden, ist eben unbiblisch unchristig. Und da sollten wir vielleicht in so einer quasi Runde, die wir jetzt hier haben, auch immer an den biblischen Kontext vielleicht auch erinnern, dass es halt eben keine Soldaten Jesu geben kann in dieser Welt. Ja, das ist richtig. Deswegen habe ich auch gesagt, Michael, entschuldige, dass ich hier kurz unterbreche, aber deswegen habe ich auch zu Anfang gesagt, das ist eben der Unterschied zwischen Katholiken und Protestanten. Katholiken verfolgen diejenigen, die ihrer Glaubenszugehörigkeit nicht folgen, um religiöser Gründe willen, also um Glaubenswillen, was sich auch in der Inquisition auch jahrhundertelang ausgedrückt hat. Und Protestanten tun das nicht. Protestanten haben Katholiken niemals wegen ihres Glaubens verfolgt oder angeklagt. Sie haben sie verfolgt und angeklagt wegen subversiver Aktivitäten, wegen Staatsumstürzen, wegen Königsmorden, wegen Verschwörungen, wegen Anschlägen und geplanten Anschlägen, wo es ja zuhauf welche gibt und die Schießpulververschwörung, über die wir heute hier sprechen, ist ja nur eine davon. Aber die Protestanten haben niemals Leute verfolgt wegen ihrem Glauben. Rom dahingegen sagt, konvertiere oder stirb. Das musste ich nur eben kurz einfügen, bitte. Genau, und das System haben wir jetzt beispielsweise über die USA wieder beim Thema Osama Bin Laden erlebt. Da gab es keine einzige Anklage, da gab es keine Zeugenverhörung, da gab es keinen Prozess, aber es gab direkt ein Urteil. Und zwar direkt angeblich. Natürlich 2011 oder so wurde er angeblich erschossen und auch nach direkt ins Meer gekippt. Die Rechte haben sich die Amerikaner daher geholt, dass sie nach dem Patriot- und dem NDAA-Act gehandelt haben und dass sie sowieso die Welt als ihren Spielgarten bezeichnen. Es gab keinen Prozess. Nein, es gab keinen Prozess und es gibt auch keinen Al-Qaida, wie du gesagt hast. Al-Qaida ist nichts weiter als eine Datenbank von Namen und solchen Sachen. Und es gibt ein ganz offizielles Video, das kann man auf YouTube sich anschauen, wo Zbigny Brzezinski mit Osama Bin Laden da in Afghanistan steht im Ende der 70er Jahre, ich glaube 78 oder sowas war das und wo er ihnen erzählt, ihr habt das Recht, hier euer Land zurückzuholen, ihr Mujahedin. Ja, das hat er öffentlich zugegeben. Ja, natürlich, natürlich. Hat er öffentlich zugegeben. Das gibt ja selbst im Video und da sieht man den Zbigny Brzezinski, der der Sicherheitsberater der Vereinigten Staaten Präsidenten ist seit Gerald Ford, wenn ich mich nie irre, Anfang der 70er Jahre, den sieht man mit Osama Bin Laden auf einem Video. Osama Bin Laden war ein unter dem Namen Tim Osman ein Mitarbeiter der CIA. Wie so viele andere auch vor und nach ihm. Ja, es ist alles nur ein Theater. Es wird immer wichtiger, das immer wieder hervorzuheben. Es ist alles nur Theater, was uns da im Fernsehen und sonst wo vorgespielt wird. Ja, damit die Leute auch schön beschäftigt sind und sich nicht mit solchen Büchern zum Beispiel beschäftigen. Ja, genau. Und damit gebe ich das Wort vielleicht zum Viktor. Ja, Viktor. Ja, gerne. Da würde ich noch mal was loswerden zu dem gerade Vorgelesenen. Fand ich jetzt auch interessant, wenn man den Zusammenhang erkennt, dass wenn der Papst in einem Land die Regierung als eine de facto Regierung dann ansieht ansieht und letztendlich dann auch in gewisser Weise, weil wir wissen ja in den meisten Ländern gibt es auch katholische Strömungen und auch wenn sie nur in der Minderheit sind, aber oftmals sind da ja auch viele ultramontane Katholiken dabei, also die dem Papst sehr, sehr hörig und treu sind und die haben natürlich dann auch nichts dagegen, wenn jetzt, sag ich mal, jetzt der Papst so eine Bannbulle oder irgendwas dergleichen eine Exkommunikation ausspricht, dass da natürlich auch dann in gewisser Weise so ein Umsturz dann auch stattfindet. Da wird man natürlich sagen, naja gut, dann der Papst hat ja auch gesagt, ist ja auch jetzt nicht mehr, ist jetzt nur noch de facto, also wenn die jetzt auch irgendwann mal einen Umsturz stattfinden sollte, dann kann man auch oft davon ausgehen, dass von diesem Teil der Bevölkerung, sag ich mal, ja kein Aufbegehren, kein Widerstand oder irgendwas dergleichen auch stattfinden wird. Sondern im Gegenteil wahrscheinlich eher das dann, wie wir es ja auch aus dem Schwur der Jesuiten kennen, das ist dann eher das Gegenteil der Fall, ist, dass das dann auch forciert wird, so ein Umsturz. Wenn ich mal eben da einen Satz zu sagen darf, Viktor, dann kann der typische Untertan wieder sagen, ich befolge nur Befehle. Und so können dann die ganze Hierarchie, die katholische Kirche ist ja aufgebaut letzten Endes wie Militär. da ist oben einer, der leitet, da unten drunter sind die Generäle, also die Kardinäle zum Beispiel, dann die Bischöfe und so weiter, das ist ja total hierarchisch aufgebaut. Da kann immer jeder sagen, ja da kann ich nichts machen, Befehl von oben. Und sogar dieses nimmt ja der Papst auch für sich in Anspruch, Befehl von oben, kann ich nichts machen. Und so kann der typische, ich sag mal nicht Deutsche untertanen, aber so können dann halt jeder, man kann sagen, ja gut, die da oben werden schon wissen, was sie zu tun haben und jeder kann die Verantwortung für sein eigenes Tun und Handeln von sich weisen. Wollte ich nur mal eben einwerfen. Das ist ein interessanter Einwurf, den du da bringst, Michael, und ich will noch mal kurz auf das Gesagte von Victor eingehen, der den Ausdruck de facto hier gebraucht hat. Wenn man den Ausdruck einer Regierung gebraucht, als de facto anerkannt, dann muss man auch den Ausdruck de jure damit beibringen, weil das ist nämlich der ganz wichtige Unterschied. Der Papst akzeptiert keine de facto Regierung. Eine de facto Regierung ist eine Regierung, die zwar eine Regierung ist, aber die in den Augen der römisch-katholischen Kirche nicht legitim ist. Eine de jure Regierung ist eine Regierung, die faktisch, also de facto eine Regierung ist, aber vom Papst legitimiert und anerkannt ist. Und jede Regierung, die nur eine de facto Regierung ist, dieses Land, in dem die herrscht, schreit auch heute noch nach Regime-Change, nach einem Umwurf. Die Regierung dort muss umgeworfen werden, dass aus einer de facto Regierung eine de jure Regierung wird. Und wenn ihr euch die Begriffe, wenn die euch nicht viel sagen, dann sucht das mal selbst nach. Ich habe keine Lust, hier alles bis ins kleinste Detail wieder und wieder zu erklären. Ich habe die Erklärung einmal in irgendeinem meiner Videos gegeben. Der Unterschied zwischen de facto und de jure, ich habe es jetzt auch gerade eben ein wenig erklärt. Wem das nicht reicht, der suche das bitte selbst nach. Aber das ist der Punkt. Ein Land, in dem nur eine de facto Regierung ist, wie zum Beispiel, ich sage jetzt mal, heutzutage ist das zum Beispiel Syrien, wo sie den Assad weghaben wollen, der eben nicht vollständig dem Papst unterstellt ist, zumindest nicht offiziell. Weil Assad ist auch ein Angehöriger verschiedener päpstlicher Ritterorden. Das kann man auch alles selber nachforschen. Das ist halt nur ein Theater, das sie spielen. Aber die haben da halt eine de facto Regierung und diese muss eine de jure Regierung werden und deswegen werden da diese sogenannten Kriege geführt. Also ich bin Victor sehr dankbar dafür, dass er den Ausdruck de facto hiermit in die Diskussion reingebracht hat. Nur ich denke, dass zum besseren Verständnis man eben auch wissen muss, was ist de facto im Verhältnis mit de jure. Das wollte ich nochmal eben klargestellt wissen. Ich könnte jetzt sogar nochmal ganz eben richtig frotzeln und provozieren, indem ich sage, Syrien ist nur der Boogeyman für die UN. Das ist Syrien, das ist Iran und das ist Nordkorea. Das sind sie alle drei. Der böse schwarze Mann. Wobei der schwarze Mann natürlich die wirklichen Min in Black, die wirklichen Männer in schwarz sind die Jesuiten. Aber gut, lasst uns mal fortfahren, dass wir in dem Buch noch ein wenig weiterlesen. Jetzt weiß ich nur gar nicht mehr, wo ich hier stehen geblieben war. Ach ja, Erziehungsanstalten für junge katholische Engländer. Da war ich. Und dann, doch daran genügte es den Jesuiten noch nicht einmal, sondern sie benützten jene Kollegien auch dazu, um darin Revolutionsemissäre zu bilden. Also Menschen, die den Aufruhr, die Empörung und selbst den Mord als ganz erlaubte Mittel betrachteten. Deswegen vorhin mein Ausflug in die Erklärung, wie sieht es heute aus, wo werden die Leute heute ausgebildet. Heute haben wir diese ganzen Ausbildungen in irgendwelchen Terroristencamps, wie sie das schimpfen und so weiter und so weiter. Und das ist genau dasselbe wie damals. Und diese wussten sie so sehr zu fanatisieren, dass sie, eben weil sie das Märtyrertum als ein unmittelbares paradiesführendes Opfer betrachteten, genau wie die Muselmänner heute, die sich irgendwo in die Luft sprengen und meinen dann im Paradies zu stehen und 72 Jungfrauen zu kriegen, vor keiner Mühseligkeit und Gefahr selbst nicht einmal der allergrößten zurückbeten. Was ist die allergrößte Gefahr? Die Gefahr für sein eigenes Leben, nicht wahr? Aus dem bisherigen ersieht man, dass die Söhne Loyolas bei ihren beabsichtigten Attentaten gegen die Königin Elisabeth ganz planmäßig zu Werke gingen und dass sie sogar viele Jahre der Vorbereitung nicht scheuten, um desto sicherer ihre Zwecke zu erreichen. Inzwischen machte ihnen ein Umstand einen kleinen Strich durch die Rechnung. Der Umstand nämlich, dass Maria Stuart, gegen welche sich ihre Untertanen empörten, anno 1568 aus Schottland nach England entfloh, denn Elisabeth nahm dieselbe als ihre Nebenbuhlerin, das ist, als eine Prätendentin, die ebenfalls auf den englischen Thron Anspruch machte, sofort gefangen und kerkerte sie so fest ein, dass an ein Entfliehen nicht zu denken war. Allein nach einiger Zeit erholten sich die Jesuiten auch von diesem Schlage, und sie beschlossen nun endlich einmal, nachdem mehrere von ihnen angezettelte Verschwörungen, wie zum Beispiel die des Herzogs von Norfolk, zu keinem Resultat geführt hatten, mit einer eigenen verwegenen Tat voranzugehen. Auch den Babington-Plot müssen wir hier erwähnen und natürlich die spanische Armada 1588. Aber wir sind ja hier erst bei 1581. Dies geschah also anno 1581 und der Plan war, zugleich mit der Ermordung der Königin Elisabeth die gefangene Maria Stuart als Regentin Englands auszurufen. Nun hatte aber Elisabeth längst Winke darüber erhalten, dass man in den Jesuitenschulen zu Rams und Dwayne gefährliche Anschläge wieder ihr Leben und ihre Krone vorbereitete und es fanden diese Winke ihre Bestätigung darin, dass jene Schulen oder Kollegien allen englischen Missvergnügen, allen Verrätern, die man des Landes verbannt hatte, mit einem Wort allen verwegenen und fanatischen Katholiken, die aus irgendeinem Grund ihr Vaterland meiden mussten, als sichere Freistätten dienten. Demnach sandte sie einige junge Männer, auf deren Treue und Klugheit sie sich verlassen konnte, die hervorragenden selben hießen Elliot, Gredock, Slett, Mundy und Hill, nach Reims und Douay, um die Kollegien da selbst des Näheren auszuforschen und da sich die besagten Jünglinge für vertriebene und verfolgte Katholiken ausgaben, so fiel es ihnen nicht allzu schwer in den Jesuiten Anstalten Aufnahme zu finden. Im Übrigen ist das sehr interessant, Königin Elisabeth liegt an der Basis dessen, was wir heute als James Bond Unterhaltungsfilme kennen und liegt an der Basis dessen ein Spionagesystem aufzurichten, das seinesgleichen damals noch kannte. Ich komme jetzt eben nicht auf den Namen des Mannes, den sie sich bedient hatte, da kommen wir vielleicht später noch drauf zu sprechen in diesem Buch. Es ist ganz interessant, sich damit mal zu beschäftigen. Also die Königin hat hier selber ihre Spione ausgesandt, nach dem Motto, ich schlage den Feind mit seinen eigenen Waffen. Bald erfuhren sie, fährt der Autor fort, dass soeben drei Jesuiten mit Namen Alexander Bryant, Edmund Campion und Radolf Serevin heimlich auf verschiedenen Wegen und gut verkleidet nach England abgegangen sein. Vor allem von den Campion werden wir noch eine ganze Menge hören. Sie erfuhren ferner, dass diese drei von 50 Auserlesenen von Kopf bis zu den Zehen bewaffneten Männern in London erwartet würden und dass die besagten Männer sich bereit erklärt hätten, unter der Führung der drei Patres die Königin Elisabeth nebst ihrem Liebling dem Robert Dudley Grafen von Leicester und dem Staatssekretär Walsingham das war der das ist der Mann der die Spionage Hierarchie und der Königin Elisabeth aufgerichtet hat Walsingham dem Staatssekretär Walsingham zu ermorden sie erfuhren endlich dass sogleich nach geschehenem Meuchelmord eine vornehme Person sich an die Spitze der katholischen Partei England stellen und mit dem Ausrufe es lebe die Königin Maria von Schottland und England die Zügel der Regierung in die Hände nehmen werde dieses alles erfuhren sie und berichteten es natürlich sofort der Königin die Folge hiervon aber war dass die drei Jesuiten sofort nach ihrer Landung in England ergriffen und nachdem man sie ihrer verbrecherischen Absicht überwiesen nebst einigen ihrer Mitverschworenen welche man zu fangen ebenso glücklich war am 1. Dezember 1581 gehangen wurden also kläglich endete der erste jesuitische Mordversuch auf die Königin Elisabeth und was noch schlimmer war es ergingen nun die schärfsten Verordnungen gegen die Söhne Loyolas so wie gegen alle die jenigen welche künftig je noch Verbindungen mit ihnen unterhalten würden also habe ich mich gerade eben geirrt der Name war Campion und nicht Campion da kommen wir später drauf insbesondere verbot man bei Lebensgefahr jedem Engländer in irgendeinem Kollegium oder Seminar der Jesuiten zu studieren oder auch nur dort zu wohnen und es mussten daher von nun an alle welche das Festland besuchten genau angeben wohin sie sich wenden wollten das aber verstand sich ohnehin dass keiner der schwarzen Kohorte mehr den englischen Boden betreten durfte außer wenn er Luft hatte mit Galgen und Lust hatte mit Galgen und Rat nähere Bekanntschaft zu machen übrigens ganz interessant dass wir wissen dass kurz vor dem Verbieten der Jesuiten 1776 der jesuitisch geschulte John Carroll kurze Zeit in England Unterschlupf gewährt bekam bevor er sich auf die Weiterreise nach den Kolonien machten die dann ja die Vereinigten Staaten von Amerika wurden aber dann sprechen wir ja auch über fast 200 Jahre später hier es lässt sich begreifen dass die Söhne Loyolas von einer nicht geringen Wut ergriffen wurden als sie von diesem allem Kenntnis erhielten wer die Jesuiten bis jetzt ein bisschen kennt und das dass die auf einmal sehr wütend gewesen sein werden und dass sie nichts Eiligeres zu tun hatten nun als ihre drei Mitbrüder besonders den Campion als Märtyrer Heilige und Helden hinzustellen welche für die Sache des Glaubens hätten bluten müssen doch an dieser Art von Rache konnte es natürlich einem Orden wie der ihrige war nicht genügen sondern sie dürsteten nach einer wirklichen nach einer blutigen Genugtuung und zu dieser hofften sie ein paar Jahre später in William Perry den rechten Mann gefunden zu haben letzterer Ein ein in seinem Vermögen sehr zurückgekommener Adliger ging im Jahre 1582 aufs Festland hinüber um auf irgendeine Weise sich wieder empor zu schwingen also sich Geld zu besorgen nahm sofort in Paris die katholische Religion an das hilft immer und begab sich darauf nach Venedig wo selbst er mit den Jesuiten insbesondere mit dem Pater Benedikt Palmio in nähere Verbindung trat die beiden verstanden sich sehr die beiden verstanden sich sehr bald aus dem Fundamente und der Neubekehrte versprach schließlich dem Pater dass er zur Ehre Gottes welchen Gottes und um die Katholiken Englands aus ihren schrecklichen Drangsalen zu erlösen sein Leben dran setzen wollte der Königin Elisabeth das ihre zu nehmen drauf reiste Perry von Palmio mit Geld und Empfehlungsbriefen wohl versehen nach Paris hatte Aldar eine lange Unterredung mit dem Pater Hannibal Conrad der ihn in seinem lobenswürdigen Vorhaben bestmöglich bestärkte und kehrte endlich nachdem er noch im Jesuiten Kollegium zu Paris das Abendmahl auf eine Unternehmung genommen also wir sprechen hier dass er die Eucharistie empfangen hat die Transubstantiation das Brot Jesu den Leib Jesu nach der Transubstantiationslehre der römisch-katholischen Kirche nachdem er das Abendmahl auf seine Unternehmung genommen hatte im Februar 1684 nach England zurück in England angekommen 1684 das muss 1584 sein gehe ich mal von aus das ist ein Druckfehler in London angekommen spielte er den eifrigen Protestanten und schrieb sofort an die Königin dass er ihr über die jesuitisch papistischen Umtriebe die man in Frankreich und Italien gegen sie anzettelte wichtige Aufschlüsse zu machen habe denn es sei ihm auf seiner Festlandsreise gelungen hinter gar manche Geheimnisse zu kommen das muss ich mal eben hier 1684 ändern das ist 1584 das kann nur ein Druckfehler sein dass wir das hier richtig machen zumindest in meiner Note wo war ich denn jetzt hier hinter die Geheimnisse zu kommen die Königin bewilligte ihm eine Audienz und da er ihr etwas Plausibles vormachte und zugleich eine fast schwärmerische Anhänglichkeit an sie heuchelte so empfing sie ihn auch später noch einige Male auf diese Art gelang es ihm die Gelegenheiten auszukundschaften und er nahm sich sofort vor den Mord zu vollführen sobald die Königin einmal wieder wie sie es öfters tat ohne Begleitung in dem Park St. James spazieren gehe weil er es aber für durchaus nötig erachtete dass für den Mörder auf der Temse eine Barke in Paradschaft liege also bereit liege um auf dieser der ersten Wut des Volkes zu entgehen beschloss er einen Freund zu seinem Vertrauten und Helfershelfer zu machen und wählte sich hierzu einen seiner Vetter mit Namen Revell der wegen seiner Verwegenheit sowie wegen der Armut in die ihn sein Leichtsinn gebracht hatte besonders hierzu passen schien Neville ging auf den Vorschlag mit Eifer ein und verschaffte sich gleich in den ersten Tagen ein Boot auf dem er von nun an um die Leute daran zu gewöhnen die Temse auf und ab fuhr doch eben in jener Zeit da Perry auf die günstigste Gelegenheit zum Morde wartete während die verkleidet in London anwesenden Jesuiten die Bewegungen vorbereiteten die bei dem Tode Elisabeths zugunsten Maria Stuarts und der katholischen Religion ausbrechen sollten starb der Graf von Westmoreland ein verbanter englischer Katholik kinderlos in Paris und kaum gelangte diese Nachricht an Neville der in nahen Verwandtschaftsverhältnissen zu dem verstorbenen stand so berechnete er dass wenn er der Entdecker einer Verschwörung wäre welche das Leben der Königin bedrohte er den Titel die Güter und die Stellung des Grafen von Westmoreland erhalten könnte also Raffgier spielt hier wieder einmal eine Rolle aber in diesem Fall wahrscheinlich mit einem für Protestantismus positiven Ausgang das waren allzu verführerische Aussichten als dass er ihnen hätte widerstehen können somit begab er sich schnurstracks zu dem Grafen von Leicester und entdeckte demselben in Gegenwart des Ministers Walsingham und des Vizekämmerers Hunston die Leicester schnellstens holen ließ das ganze Komplott natürlich aber ermangelte er dabei nicht die Sache so darzustellen als ob er auf den Vorschlag Perrys nur deswegen eingegangen sei um das beabsichtigte grässliche Verbrechen desto sicherer vereiteln zu können seitdem übrigens wie ihm wolle Perry wurde in der Minute verhaftet und gestand Neville gegenübergestellt alles ein auch fand man verschiedene Papiere bei ihm durch welche er außer den oben schon genannten Jesuiten Palmlow und Skodred noch der Pater Creighton und Cardinal Como bloßgestellt und zwar so bloßgestellt worden dass an der moralischen Urheberschaft der Sozietät Jesu das ist daran dass sie den William Perry zu dem Verbrechen veranlasste und Antrieb nicht mehr gezweifelt werden konnte doch konnte man leider keinen von der schwarzen Rotte zur Strafe ziehen weil sich jeder noch zur rechten Zeit zu flüchten verstanden hatte den William Perry aber verurteilte man als überwiesenen Hochverräter zu einem grauenhaften Tode und vollzog dieses Urteil auch richtig am 2. März 1584 Man knüpfte ihn nämlich an einen Galgen öffnete ihn dann während er noch lebte die Brust und den Bauch riss das Herz die Leber und die Eingeweide heraus verbrannte diese in einem schnell angezündeten Feuer unter den Galgen und zerschnitt endlich den so verstümmelten Leichnam in vier Teile welche man an die vier Haupttore Londons annagelte Jetzt gibt es vielleicht einige Leute die aufschreien wie brutal und unglaublich fähisch hier die Protestanten ein Menschenleben verändert haben oder beendet haben Dazu kann ich nur sagen schaut euch mal das Buch der Märtyrer an von John Fox das es auch in Deutsch gibt und lest mal wie die Katholiken über Jahrhunderte nicht eine Person die sich politisch verschworen hat sondern Millionen die nur einen anderen Glauben als den römisch katholischen hatten behandelt haben aber ich sehe schon wir kommen hier jetzt tiefer und tiefer auch in den Babington Plot weil wir lesen hier im nächsten Absatz von Anthony Babington da habe ich ja bereits von erzählt den Babington Plot auch den werden wir noch besprechen da wir hier in 1584 und 1586 sind werden wir wohl auch in die spanische Armada noch eintauchen und von daher finde ich das einen richtig interessanten Zeitpunkt um die Lesung für heute hier zu beenden und euch ein wenig danach hoffen zu lassen dass die Lesung weitergeht mit der 17. Lesung in diesem Buch von Karl Theodor Griesinger in dem wir dann noch mehr über diese Dinge erfahren werden und außerdem bin ich ziemlich sicher dass meine beiden anwesenden Brüder Viktor und Michael noch interessante abschließende Bemerkungen zu dem heute Gesagten und gelesen haben und damit beenden wir das Video dann nach einer guten Stunde bitte Michael darf ich dich fragen als Lernen 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 man sieht auch die herangehensweise wie halt immer wieder versucht wird und die Jungs halt einfach nicht aufgeben wollen um dann letzten Endes dann die das englische inselreich da unter ihre Kontrolle zu bekommen ich hätte da jetzt noch eine ganz Menge Kommentare aber das wird echt die Sendung hier sprengen ich sage noch mal soweit wir sind mittlerweile im 21. Jahrhundert angelangt und wir sind mittlerweile inzwischen so weit dass es kaum jemandem auffällt anscheinend dass der offizielle Bürgermeister von London mittlerweile ein Muslim ist und das wäre sicherlich zu den Zeiten von dem Beddington Plot und von Griesinger nicht vorstellbar gewesen das zeigt uns gleich auch vielleicht so ein kleiner Finger zeich wo die Reise hingeht wie letztendlich wie viele Dinge schon geändert worden sind wie viele Dinge einfach schon infiltriert worden sind um uns herum ist meiner Meinung nach geht es immer schneller und zwar nicht linear sondern tatsächlich echt exponentiell und das ist das was mich hier immer so total spannend an den Stuhl bindet und sagt meine Güte ich muss da tatsächlich heute nach Auswirkungen auf uns und das mit dem Wort gebe ich jetzt weiter an Viktor ja vielen Dank Michael und auch vielen Dank Jörg für die Lesung ich hatte mir jetzt noch so Gedanken gemacht auch jetzt speziell nochmal auch zu den zum Gunpowder Plot aber ich denke da kommen wir dann auch weiter im Laufe der nächsten Lesung dann zu dann würde ich mir das noch aufsparen im Laufe der Lesung denke ich auch was den Zuhörern hoffentlich auch noch deutlich geworden ist dass oftmals solche Umstürze Regime Change oder wie sagt man auch so ein demokratischer Frühling oder so dergleichen wie man das auch immer bezeichnen mag dass oftmals dann auch dieser Grundstock oder ja die Ideologie dann schon in den Universitäten also in den Deereinrichtungen dann verbreitet wird und dass oftmals dann halt auch diese die 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 Schüler auch von ihrer von ihrem eigenen Volk auch so weit dann schon irgendwo entfesselt werden oder entwurzelt werden dass sie dann im Grunde genommen eine Politik eine Agenda die wieder mit zurück ins Land tragen in ihr Volk und Politik letztendlich für den Teufel machen und ja mit den Worten möchte ich mich dann auch verabschieden und sage dann Tschüss bis zum nächsten Mal ja danke Viktor danke Michael für eure Worte ich möchte abschließend nur noch kurz sagen dass ich leider eben keine Zeit hatte das Buch vorher zu lesen sonst wäre mir natürlich aufgefallen dass wir nicht nur über die Schießpulververschwörung von 1605 sprechen sondern dass wir die ganze Geschichte der politischen Verschwörung der Jesuiten und der römisch-katholischen Kirche gegen die Königin Elisabeth im 16. Jahrhundert vorher besprechen was ich wunderbar finde und weshalb ich auch nicht lange warten möchte mit der nächsten Lesung die werden wir in Kürze anpacken und natürlich normalerweise auch in Kürze hintereinander veröffentlichen dass ihr euch auch darin einlesen könnt aber ich kann jedem trotzdem nur noch mal den Tipp geben ladet euch das Buch selbst runter das kann man im Internet gratis machen als PDF der Link ist ja in der Beschreibungsbox dieser Videos immer mit dabei geht dahin ladet euch das Buch selbst runter und lest es für euch selber oder lest auf die Art und Weise dann mit könnt ihr natürlich auch mit dem Video machen und vergesst niemals niemals dass die Bibel das wichtigste Wort ist was wir überhaupt lesen müssen das Wort Gottes und deswegen ende ich mit demselben Aufruf wie inzwischen schon bei mir feststeht lest eure Bibel bis zum nächsten Mal Maranatha mit demselben mit demselben mit demselben Untertitelung des ZDF, 2020